Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist kein Wunschkonzert. Wir waren 1-0 im Rückstand und haben uns 1-1 erarbeitet und erkämpft. Und ich hoffe, die Jungs ziehen die richtigen Schlüsse. Es geht nur so, sonst verlierst du viele Bundesligaspiele. Du kannst dich nicht auf das Glück verlassen, du musst dich auf dich selber verlassen und du musst in jeden Zweikampf gehen, als wäre es der Letzte. Und der Kollege nebenan muss dir helfen und das war heute der Fall. Das haben sie gut gemacht und deshalb bin ich zufrieden mit dem Tag jetzt. Und jetzt müssen wir schauen gegen Augsburg. Dankeschön.